ja leute und das geht ab schiefkrieger hier ja mit ein paar kleineren infos heute wird auch noch bekannt gegeben wer das gewonnen hat ich habe auch ein paar privatnachrichten gekriegt wie ich gesagt habe kommentieren kommentieren und da es einer kommentiert hat werde ich ihm den beta code zu kommen lassen ich gucke jetzt gerade mal und ja ich weiß ich habe jetzt nicht die meisten abonnenten wegen diesen sachen dabei eine hat wenigstens verstanden dass man es benutzen der gewinner ist schon sonius 94 viel spaß mit deinem code den schicke ich dir heute noch der zwanzigste und ich hoffe der wird dir dass du viel spaß hast damit es wäre nett wenn du mir wenn du mir vielleicht dann auch noch unter den beitrag schreibt dass du es von mir gekriegt hast dass er sich als fake rauskommt oder so dann wäre es sehr nett von dir ihr könnt ich werde den linken unten verlinken von ihm der es gewonnen hat so als bonus ich weiß er hat auch sogar mehr abonnenten als ich aber aber mich interessiert das ja nicht shit happens deswegen scheiße ich mal richtig drauf und let's go let's go hey komm so zum glück habe ich supporter seit dieser ja seit dieser scheiße beim letzten mal komm ich nicht mehr auf streaks da ich keine waffen mehr besitze aiming von der butterkartoffel leute so machen wir es abschluss bestätigt komm komm raus komm alter so ein scheiß habe ich noch nie gesehen das würde ich nicht zieh mir das ich hoffe du hast viel spaß mit deiner mit dem beta code ich hoffe man sieht auch was von dir weil er sich sehr aktiv ist gucken wir mal dass du den heute noch kriegst du hast noch sieben tage um das zu zocken wissen geburt wie ihr seht ich doch groß gar nicht mehr ich versuche euch noch mal was anderes zu bringen aber ist es beschissen ich kann dazu nicht viel sagen es ist beschissen das war fucking harte arbeit das ist ein schilder mit da drauf was diese waffenkistler mal so ausspuckt ja hallo mein freund ganz ehrlich ich habe ja schon mal so ausgebracht wo ein guter punkt ist und meinen punkt auszunutzen da steht der sogar noch mein freund hätte es mal video mal angeschaut abschluss bestätigt was c4 ja komm ich habe das jetzt nicht gesehen ich dachte das wäre eine normale kanisterbombe oder so da habe ich mir jetzt oh mein gott oh mein gott das bringt das bringt dir gar nix gar nix ich hoffe mal hier ist alles okay dies war die auricke warte jetzt oben und da unten dieser typ halte ich hab hier nichts gehört er ist so nach einer halben stimme oder so was ekelhafte waffe die nächste waffe die ich mir holen werde wird die honeybatche meine freunde da kann wieder ihr abgenutelt werden du Arsch hab den da gut das haben wir mal so rausgehauen du Arsch ich sehe mal erschreckt sich wie so ein tier hier haben sie sie zerstört da habe ich sie zerstört ja der wusste sogar so wo ich bin das war gefährlich ich sehe mal so eine dicke waffe auf schon kannst du wieder zocken toll aber ganz ehrlich finde die honeybatche OP ok oh mein gott ja was nur sagen ne ich hab noch mit jemandem gespielt ne äh hier like a toast position ja ich hab den namen jetzt beiseite da ich jetzt nichts gerne falsch sagen will und äh ich finde sie ist guuuuut was war denn das wieder auf jeden fall sie ist nett sie werde ich auch mal unter dem beitrag ähm hin tun dass ihr mal bei ihr reinschaut ich finde sie ist wirklich eine nette person so man kann die videos kann man sich gut ansehen so alles super sie gibt sich richtig viel Mühe sie hat auch mehr Abonnenten als ich und hat mich in einem 1 gegen 1 besiegt egal wie schlecht jemand aussieht ne in Multiplayer ne aber im 1 gegen 1 ist sie nicht schlecht das darf man nicht vergessen du Hund aber wenn man so sagen darf ich hab wenigstens ja im Quickskopen gewonnen Black Ops 2 mhm da kann mir keiner was mein Freund du bleib stehen ja dich hol ich mir so oder so alter der Typ mich verarschen alter oh mein Gott oh mein Gott sowas sehe ich so selten so ne scheiße ich werde erst wieder gute Gameplays bringen wenn ich die Handypatch habe dass ihr es also wisst wir haben die Führung verloren von dem Typ die wenn er meins aufhebt haben die gewonnen naja ich bin wie immer beschissen ja um jedenfalls so viel Spaß mit deinem ja wie soll man sagen viel Spaß mit deinem ähm Beta Code und ja ich weiß es haben noch andere reingeschrieben ne so wie äh wie verdammt wie hier Absolution Nims 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 das hat auch ne aber ähm weil Sonius hat einfach gewonnen weil er ist wirklich schon vor dem also glaube ich direkt unter meinem Video geschrieben hat tut mir leid für den anderen aber es wird öfters kommen wo ich ab und zu Sachen verlosen werde und ähm und was hier viel Spaß damit hat mit den Sachen ne ja dann will ich auch diesen Part beenden Sonius viel Spaß guckt bitte mal bei äh Sonius rein bei äh äh like toast protect ja like toast protection die ist super man kann sich die Videos wirklich gut angucken und ähm ich würde mich freuen wenn ihr bei ihm bei ihr ein Abo da lässt wirklich und ja das war euer Schiefkrieger und wir sehen uns irgendwann mal ne Ciao Ciao Ciao